Der Montag. Hey, Frida. Übrigens, wenn ihr mich jetzt nicht mehr sehen solltet, das ist Frida. Und Frida, die wollte einfach jetzt nur euch mitteilen, ihr gefällt der Schnee. Mir leider heute Morgen nicht, denn ihr seht mich gerade nicht, weil Frida mit ihrem Schwanz wedelt. Jedenfalls wollte ich heute Morgen, machen wir jetzt mal ein Hörspiel, heute Morgen mit dem Auto fahren, aber so einfach war das gar nicht, denn das Auto ist nicht angesprungen und ich musste mit dem Bus fahren. Und wie man das so handhabt, man steht an der Haltestelle und stellt fest, die Maske fehlt. Aber Rettung nahte. Nochmal Dank an die Frau an der Haltestelle, die mir freundlicherweise diese Maske überreicht hat. Mein Tag war gerettet. Jedenfalls die Fahrt mit dem Bus. Ich habe sie auch genutzt für die Heimfahrt. Ich hoffe, dass ich morgen mit dem Auto fahren kann und es hängt immer noch am Ladegerät. Ich wünsche eine schöne Woche mit Frida zusammen. Frida, stimmt's? Ich wünsche mir das, dass ich Ihnen und jetzt nicht, wenn du dich bekommst. Ich wünsche mich, jetzt mal viel Energie und lief vor. Ich wünsche mir das, dass ich mich jetzt und kein Herz schweBE schon wieder durch. Ich wünsche mir das, dass ich mich jetzt mit dem. Ich wünsche mir das, dass ich mich lange nicht downloaden bin. Ich wünsche dir das, dass ich mich Folks die Härteile, mir in Gästeile her. Ich wünsche mich nicht, wenn ich mich, da mit dem würden. Vielen Dank.